So meine lieben Leute, wir sind jetzt in einem grauen Gebirge, Wienens, die Bramreiter, als Chauffeur. Wir sind jetzt halbe Stunde im Gras gefahren. MC ist nicht so der Video-Man. Takt dann nicht so, nein? Nein. So, wir sind jetzt los da. Vor allem Gebirge eine Stunde neun. Thomas will motivieren, gell? So, wir sind jetzt gerade wohl mehr. Und wir sind im Racing-Modos-Show. Der Thomas. Ja. Und wir gehen uns nicht mehr. Nugach zum Pillar geh, bislein Kaffer, mit Thomas. Thomas muss das sein. Auf der Suche nach Müsli-Riegeln im Pillar. Ich finde ihn keine. Na tschü- Na tschü- Tschüss. So, wir sind da, im reuen Gebirge. Witz, 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 witz. Im Video-Wall, Leute. Da ist der Gib mir alles Thomas Grüß wir sind so stolz auf dich Wir wollen jetzt anmelden Stadt Nummer 251 Jetzt ziehen wir es an Jetzt gehen wir uns ins Training an Und ich hoffe, dass wir durchzuführen werden Wir haben ja gesehen Vorallog als Prime Spasst gut mit dem T-Prime Reiter Und ja So Jetzt fahren wir vorallog Mit Vorallog So 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 Warum? So bis vorallog Jetzt geht's vorallog Ich kann nicht zum Schluss fahren Du hattest es nicht genommen So ein Scheiß kann fahren Was? Was will ich fahren? 640 Was waren die Besten? Ja so war Molli On Tour Vollgas Gell So Wir gehen uns an Eben tun so kurz Und ja Das ist Das ist gut 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 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 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 10 15 15 15 16 16 So, der erste Tag ist fast vorbei, Prolog Platz 6, da war einige Fehler, aber trotzdem Sachen ist gegangen, eine halbe Minute auf die Spitze, und ja, nicht ganz zufrieden, wir werden morgen schauen, dass wir besser fahren. So, die Runde sehr geil, insgesamt 20km Streckenlänge, und das gefällt mir voll. Passt voll, das Wetter war perfekt, bestrecken, Prime. Ja, jetzt war auch Enduro Cross, bin für die Profiklasse qualifiziert, dann bis zum Halbfinale gut gerannt, dann einmal kurz bei den beiden umgeflogen, ja, dann schon ausgeschieden, leider. Ja, das ist Racing. Jetzt, da haben wir noch ein bisschen zusammenräumen, ich da noch Reifen wechseln, und der Nils, der muss noch sein Mobil zusammenbauen, das funktioniert leider noch nicht. Ja, wir werden da noch die Strecke gehen, und mit meinem Gegentag geht's weiter. Ja, stay tuned. So, Strecken besichtigen mit Nils, und Nils, mit des Dappeln. Wir werden's morgen sehen, ob's gemacht hat, oder nicht. Geh Nilsi! Nein, wir haben's nicht, tüften, nicht wieder zusammen. So, wir haben jetzt morgen, schönes Wetter, und, ja, Mutti wird für den Tag. Nur so, wir werden's vorstarten, briefen, CK, ZK-Kilien-Ziefer. Ja, Startreiheins, Platz 6 gestern. Wie ist dir gestern gegangen? Scheiße. Ja, das hat's zusammengefasst. Ja, cool. Mehr sehen sie nach. Ja. So, ich bin jetzt noch ganz rein. Und, nach 10 Minuten geht's los. Die ganze Rande und anschließend in den Zanderboden. Und vom Wurstweg, der abgehört unser Stand. Mehr von. Dann, noch mal. Easter you Mr Van. Gib mal, wir sind weg. Jetzt... Tschüss... scars colored saker. Da ist kommt ein B. Kommt nicht tot. Das blieihuколla. Bäume, die mit Operation적으로. So, wir haben jetzt das Championat-Race jetzt. Top 10 der Reise in der Brut, wo ich jetzt nicht mehr rauskomme, wo ich jetzt drei war. Wo bist du gefahren? Wo bist du gefahren? Steht nix. 619! Guck mal, der 6-Fort-Cent 77. Also, die Zeit nicht überflogen. Leihund im Championat-Race. Die geben wir sich vorhin. MC, es war ein sehr erfolgreiches Wochenende. Sehr leihwand. Platz 1 in E1 und überall werden wir noch sehen, was hier ausgegangen ist. Strecken war geil. Sehr leihwands Wochenende. Letzter Siegerung, in Zamburg haben wir schon. Und dann sind wir dahin. Dankeschön fürs Schauen.